Hallo, das was du hier siehst, ist Winston, das Khan Academy Maskottchen. An ihm wollen wir heute sehen, was Variablen sind. Das, was du schon weißt, ist, dass man hier überall diese blauen Zahlen ändern kann, indem man draufdrückt und den Schieberegler verwendet. Und zwar hier bin ich jetzt bei den Augen und bei der ersten Ellipse. Und jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich das bewege, dann wird das ein bisschen breiter und hier wird es ein bisschen höher. Jetzt will ich die Augen von Winston mal ein bisschen kleiner machen. Wie mache ich das? Also ich schiebe hier und schiebe hier. Und jetzt ist das andere Auge, das muss natürlich gleich groß sein. Dann schiebe ich das auch ein bisschen runter. Und das, das ist nicht ganz gleich, deswegen mache ich das am besten hier mit der Tastatur. Und wenn ich es jetzt doch ein bisschen größer haben will, dann muss ich nochmal alle vier Zahlen ändern. Und das ist ein bisschen umständlich. Und das ist genau der Punkt, wo Variablen ins Spiel kommen. Was sind Variablen? Also ich nehme da immer gerne das Bild von einem Eimer. Also eine Variable, das ist wie so ein Eimer. Und die hat einen bestimmten Namen. Die kann zum Beispiel Thomas heißen. Oder Julia. Aber ich kann das auch nennen, zum Beispiel Augengröße. Und in diese Variable, die den Namen Augengröße hat, da kann ich jetzt irgendwas reintun. Und zwar zum Beispiel eine Zahl. Da tue ich jetzt die Zahl 25 rein. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Das heißt, du hast eine Variable, die heißt Augengröße und da ist die Zahl 25 drin. Und da der Computer diese Bilder so nicht versteht, müssen wir sie ihm als Programmcode geben. Und wie geht das? Okay, ich gehe hier runter. Und schreibe hier oben erstmal var. Das heißt, das steht für Variable. Und dann sage ich Augengröße. Und jetzt muss ich natürlich, kann ich nicht Augengröße mit Ö schreiben, weil das kennt er nicht. Er sagt dann Unexpected Ö auf der anderen Seite. Das heißt, da kann man nur diese englischen Buchstaben verwenden. Und dann mache ich aus dem Ö ein OE und aus dem Schafes ein S. Ein SS. Augengröße. Okay. Gut. Das heißt, jetzt habe ich den Eimer gemacht. Und in den Eimer möchte ich jetzt was reintun. Und das geht folgendermaßen. Ich sage einfach Augengröße gleich und jetzt 25. Jetzt ist aber so, dass dieses Gleichzeichen mit dem Gleichzeichen, was du aus der Mathematik kennst, überhaupt nichts zu tun hat. Das ist was ganz anderes. Das ist eigentlich kein Gleichzeichen, sondern das ist ein Zuweisungszeichen. Das heißt, ich könnte nicht genauso schreiben 25 gleich Augengröße. Das geht nicht. Da kriege ich sofort einen Fehler. Da steht dann Bad Assignment, schlechte Zuweisung sozusagen. Also das geht nicht. Und zwar steht auf der linken Seite hier, da steht immer die Variable selber, also der Eimer. Und auf der rechten Seite von diesem Gleichheitszeichen, da steht immer das dran, was in diesen Eimer hineinkommt. Okay. Also wir haben jetzt eine Augengröße und wir haben die Zahl 25 in die Augengröße, in diese Variable reingetan. Und jetzt können wir die einfach benutzen. Ich kopiere die mal und gehe hier runter, wo die Zahlen stehen und füge hier mal an jeder Stelle, wo ich das haben möchte, die Augengröße ein. Okay. Und jetzt kann ich hier oben hingehen und das alles gleichzeitig drehen. Das ist doch schön. Genau das wollte ich. An einer Stelle, ich kann auch einfach eine Zahl hinschreiben, wenn ich ganz große Augen machen will. 80 und schon habe ich große Augen. Okay. Und jetzt können wir noch was anderes machen. Und zwar haben wir hier zwei Befehle verwendet. Einmal, um den Eimer oder die Variable anzulegen, also hier eine Variable zu haben, und dann in die Variable was reinzutun. Und das kann man jetzt zusammen in einem Schritt machen. Und zwar, indem man einfach sagt, war Augengröße und dann gleich 80. Das ist genau das Gleiche. Das ist immer noch ein bisschen groß, da machen wir 25.000 draus. Und das ist jetzt das Gleiche, was wir vorher auch hatten, also die zwei Befehle in einem. Ich kann das immer noch verwenden. Eine Sache ist jetzt noch interessant, und zwar, wenn ich diese Variable hier nicht hier definiere, sondern weiter unten. Dann bekomme ich einen Fehler. Und zwar steht dann hier, Augengröße ist not defined, also ist nicht definiert. Und das liegt darin, dass der Computer alles der Reihenfolge nach macht. Das heißt, er fängt hier oben an, führt diese Befehle aus, und dann den nächsten, und dann den nächsten. Und hier kommt er an die Ellipse und sieht Augengröße und denkt, ah, weiß ich gar nicht, was das ist. Er schaut dann nicht nach hinten und guckt dann nach, was hier in der Augengröße drin steht, sondern in dem Moment gibt es für ihn Augengröße noch nicht. Deswegen ist es wichtig, hier die Reihenfolge einzuhalten. Also zuerst die Variable, den Eimer mit Augengröße zu machen und ihn dann zu benutzen. Okay, und jetzt noch eine Aufgabe für euch. Und zwar, ich möchte hier nicht nur die Augengröße einstellen können, sondern ich möchte auch die Augenposition einstellen können, dass beide Augen gleichzeitig von links nach rechts gehen. Und dann, für die, die mehr vorhaben, die können mal probieren, ob sie es schaffen, dass man das ganze Gesicht drehen kann und größer und kleiner machen kann, auch mit Variablen. Das wäre eine Aufgabe. Und wie immer könnt ihr das als Spin-Off dann abspeichern. Also zuerst müsst ihr weiter unten auf den Link gehen, zum gleich anfangen. Und dann könnt ihr das programmieren und dann als Spin-Off abspeichern. Okay, bin gespannt. Bis dann. Okay.